Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios unten im neuen Overwatch Guide. Der Versuch zählt zumindest, hoffe ich mal. Und diesmal geht es hier um Tsaraya, der russischen Kraftbombe hier. Tsaraya ist ein Tank. Wie man an der Statur wahrscheinlich sieht. Mit guten, ja so halb guten Fähigkeiten, wie ich finde. Sie hat schon ordentlich Power unterm Arsch. Aber tanktechnisch hat sie doch ihre Schwierigkeiten. Fangen wir doch mal an mit den Waffen. Und zwar haben wir da die Partikelkanone. Es ist eine mächtige Partikelkanone, die aus kurzer Entfernung vernichten Energiesträle verschießt. Die können die auch bündeln zu einer einzigen Energieladung und damit mehrere Gegner gleichzeitig treffen. So und dann die Tankfunktion ist, dass die Partikelbarriere dient. Mit der Partikelkanone kann sie quasi eine Barriere erzeugen, die gegen Angriffe schützt. Die dabei absorbierende Energie wird die Waffe umgeleitet und verstärkt diesen Schaden so wie bereits den Strahl. Also jetzt haben wir es. Also sprich, ich habe die Bubble, die schießen drauf, meine Energiewaffe wird stärker. So. Projizierte Barriere. Sie kann damit Verbündete ein Schutzschild geben. So. Und gleichzeitig wirkt halt die Durchschlagskraft der Partikelkanone erhöht. Und als ultimative Waffe, die echt heftig ist, aber die ich noch sehr selten gesehen habe, ist die Gravitationsbombe. Damit feuert sie eine Gravitationsbombe in die Gegner, die diese anzieht und damit Schaden hinzufügt. Die sind auch in diesem Feld gefangen. Sprich, die können nicht weg und man kann nur noch schön drauf rumballern als anderes Teammitglied. So. Das waren ihre Fähigkeiten. Und jetzt versuchen wir es. Ich versuche es nur. Ich sage nicht, ich mache es, sondern ich versuche es, diese hier zu zeigen. So. Ui. Die sind ja schon dabei. Da ist die fette Kanone. Das ist dieses Ding. Jetzt haben wir eine Bubble, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder der Gegner. So. Geschützt. Kurz mal in Deckung gehen. So. Jawoll. Da haben wir ein bisschen was mitgekriegt. Hey. Hey. Yep. Meiner war's. Wo treffe ich denn nicht? So. Kurz mal in Deckung. Wo ist der Rest vom Team? Wo ist der Rest vom Team? Da ist noch eine Bubble. Also ich habe keine Bubble mehr. Zu verschenken. Autsch. Ich tue mir selber weh. Macht auch Spaß. Oh je. Wir halten uns gut, glaube ich. Barriere aktiv. Geh weiter. Komm, wir gehen mal da hoch. Jawoll. Oh je. Oh je. Wir haben schon gut Schaden gemacht, wie ich finde. Und bald haben wir unsere ultimative Waffe frei. Ah ja, guck mal. Hier hat sich noch einer zugesetzt. So. Laufen wir doch mal. Mein Wille ist ungebrochen. Wo sind wir denn? Da sind wir. Es fehlt nicht mehr viel. Bubble. Uiuiui. Na wenigstens haben wir einen mitgenommen. Wir haben zu weit geschossen. Aber auch gemein. Scheiß Tracer. Das muss ich euch auch noch zeigen. Höh, hab ich ja gar keine Lust zu. Bin ich ja mal ehrlich. Was? So. 30 Sekunden. Jetzt. Ich kann noch geschützt. Sehr gut. Barriere. Aktiviert. Noch 10 Sekunden. Ich bin ich. Ich bin ich da. Sehr gut. Oh. 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 Jawoll. Da hat sie mich noch erwischt. Aber, schnelle Runde. Wir sind halt direkt mit eingestiegen. Und ein cooler Sieg auf jeden Fall. Ich. Oder Itech, wie auch immer man das nennen will. So. Guckt mal hier, haben wir es direkt geschafft. Ich gebe mal der Bastion ein. Ich finde, wir waren nicht schlecht. Wir sind in ein Spiel eingestiegen. Und so gut haben wir dabei abgeschnitten. Die hat schon ordentlich Power. Und deswegen machen wir gleich noch eine Runde. Vielleicht ist das Team ja wieder so gut. Dass wir doch recht zügig zum Sieg kommen. Erster Sieg des Tages. Ups. Ich habe hier vorher nur den anderen Guide gemacht. Mit Hancho. Aber jetzt sind wir ja bei der Juten. Wo sind das? Ich glaube, wir haben dann auch alle Tanks durch. Das ist der letzte Tank, den wir haben. Gewinn. So. Die hat schon echt Power drauf. Die ist zwar ein bisschen langsamer, aber die hat schon echt Power drauf. Oh. Match beigedrehten. Einer fehlt noch. Wieder zwei raus. Ich habe wieder ein neuer dabei. Passt. Gemeinsam sind wir stark. Barriere aktiviert. Genau wie wir es trainiert haben. Anvisieren. Mit Feuer. Ich würde jetzt nur gerne wissen, was Lumerica so treibt. Grüß Sie. Hallo. Oh, so eine süße Stimme. Äh, wo haben wir denn hier? Spruchheilung. Geht ab. So, Erkisch, Bubble. Oh je, das sieht ja schon mal nicht so gut aus. So, der Krisch, der ist die Bubble. Geh aus der Bahn. Bubble. Bubble. Jawoll. 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 Jawoll, was für ein Einstieg, Alter. So, komm schon. So, komm, wir hauen richtig einen rein. Läuft doch. Jawoll, ein Mann dann hier. Boah, ist ja richtig anstrengend. Weg doch mal. Jawoll, der hat gesessen. Ja, also, meine Fresse. So, das reicht. Ich gehe jetzt mal richtig in die Reine. So, komm schon. So, komm schon. So, komm. So reißen wir jetzt hier. Ui, 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 ui. Aber wir haben uns richtig gerockt, würde ich mal sagen. Na ja, gut. Ah, ein bisschen Schaden haben wir verursacht. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir uns mal kurz Luft holen. So, wir haben es ja nicht so weit. Aufgeben. Niemals. So geil. Sie ist halt ein bisschen langsamer, ne? Muss man ja dazu sagen. So schön mit vorne dabei sein. Ah shit, keine Chance. Oh nein, sagt bloß, sie ist kurz vorher ausgegangen. Ich verliere einfach nicht. So, guck mal, wir haben 5 Minuten Zeit für die 3 Meter. Ja, ich habe nochmal gleich eine Ulti frei. Boah, vielleicht können wir damit dann nochmal was reißen. So, der hat das nicht drauf mit dem Hoch springen. Ach, schade, fast getroffen. Ach, schade, fast getroffen. Wo sind sie denn? Boah, wo ist er? Komm schon. Boah, die halten uns jetzt hier aber auch in Schacht. Oh, die hauen richtig rein gerade. So, die haben glaube ich alle... Oh, guck mal, da hat einer gewechselt. Niemals. Drei Tanks. Sobald ich hab, kriegt der Heiler natürlich wieder eine. Ah, verdammter Mischt ey. Ich hab mich einkillt. Aber ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Der war gut. Versuchen wir es nochmal. Die Fracht wurde aufgehalten. Reinziehen in Bewegung. So, die hat ja jetzt Schutzbubble. Hält ja ein bisschen an. So, komm schon, ich krieg das Ding echt zurück und zwar nicht wenig. Boah, was geht ab? Ich hätte gedacht, die haut mir ja rein. Hört doch mal stehen. So. Jawoll. Jawoll. Na gut, wir haben nochmal einen gekillt, wir haben ordentlich Schaden verursacht und geblockt haben wir glaube ich auch ordentlich. Hier 3000. Ist gut. Komm, das schaffen wir. Einfach alles rein da. Kann ja nicht so schwer sein hier. Aber die macht schon Bock. Muss ich ja zugeben. Jawoll, den haben wir wenigstens mitgenommen in den Tod. Was ist das? Das kann ja nicht so schön sein hier. Ausdauer ist der Schlüssel knapp. Ich drücke mal die falsche Taste, hab ich das Gefühl. Kann nicht sein, dass die das echt nur aufgehalten haben, ne? Boah, ist nicht wahr, ey. Wer hätte damit gerechnet? Ich nicht? Nachdem wir so schnell so weit vorangekommen sind? Ja, der war auch schon echt ätzend. Er war gut, aber echt ätzend. Ja, jetzt hier verwandelt er seine Ulti und ab geht er. Wir sind auch ein Opfer davon. Da sind wir. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Entschuldigung. Guck mal hier. Ich gebe dem Heiler natürlich ein. So. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gelernt über den Charakter. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, ein Kommentar und ein Abo, wenn ihr an euch habt. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, hier auf meinem Kanal. Ich werde in Ruhe die Lootscheiß eröffnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.